Hallo zusammen, Ahero hat einen neuen Promocode rausgebracht und das jetzt schon relativ schnell, den zweiten Code. Vor sechs Tagen habe ich erst das letzte Video zum alten Promocode erstellt und jetzt schon wieder das neue Video. Das heißt, Ahero lässt sich da jetzt nicht dumpen und raumt da schon den nächsten Promocode raus. Der alte Promocode hieß Ahero1 und der ist abgelaufen. Ich habe es vorhin getestet und ich vermute mal, auch dieser neue Promocode wird jetzt nur eine Woche aktiv sein. Deswegen hoffe ich, dass ihr frühstmöglich hier eingeschaltet habt. Das ist hier auch der Hinweis von mir. Das Video wurde jetzt am 24.07.2020 erstellt und falls ihr jetzt zu spät zuschaut, kann es schon sein, dass der Promocode abgelaufen ist. Deshalb unbedingt immer den Channel abonnieren und die Glocke anmachen, damit ihr solche Videos in Zukunft nicht verpasst. Und da das jetzt das zweite Video zu einem Promocode im Juli ist, was wirklich echt selten bei Ahero ist, nenne ich jetzt diesen Promocode einfach mal den Ende-Juli-Promocode. Genau. Und wenn ihr auf Discord seid, dann kennt ihr den Promocode vielleicht schon. Der wurde auch schon vor ein paar Stunden in den News-Channel gepostet und den Link zum Discord findet ihr in der Beschreibung. So, aber jetzt kommen wir mal zum Promocode. Was müsst ihr machen, um ihn einzulösen? Wie immer hier oben auf das Zahnrädchen gehen und dann unten in die vorletzte Sektion bei Promocode eingeben. Und dann müsst ihr nur noch AheroWin eingeben. Bitte achtet darauf, dass immer alles klein geschrieben ist. Und dann drückt ihr einfach auf Einlösen. Und ihr seht, ihr bekommt 20 Juwelen und 200 Münzen und noch diese helle Rüstung. Ich hoffe, ihr konntet von dem Promocode profitieren. Ich hoffe, ihr teilt auch das Video mit euren Freunden, damit auch die den Promocode bekommen. Ich hoffe, ihr gebt mir auch einen Daumen nach oben und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.